Wollt schon immer mal wissen, wer kann eigentlich bestimmen, dass irgendjemand irgendwo nen Acker ist. Wollt schon immer mal wissen, wieso jemand was dagegen hat, dass jemand sein Leben lebt, irgendwo, sein Leben lebt, einfach so. Hey, was ist los mit euch? Hey, hey, alle ab, lass doch mal gucken, ach du, wenn doch was geht. Hey, hey, was ist los mit euch? Hey, hey, alle ab, lass doch mal gucken, ach du, wenn doch was geht.